Das ist Neptun in normaler Geschwindigkeit. Sehr schwer zu fördern. Jetzt habe ich nochmal gut getroffen, den sogenannten Planeten in Anführungsstrichen. 4,5 Milliarden Kilometer von der Erde. Wir sollen das glauben. Das kann man nur im Kindesalter glauben. Das nutzen die aus. Alles elektrisch-magnetische Lichtquellen. Jeden Tag, jedes Jahr, jeden Monat, immer alles gleich. Die Wandelsterne haben ihre eigenen Wege und die Zickstirne, sagt ja schon der Name, sind immer gleich. Haut doch mal rein, bleibt gesund. Und